Ich bin der Rudi Dautermann, ich bin eben Betriebsführer von der Gärtnerei Dautermann in Schwarzach und es gibt schon seit 70 Jahren, wir feiern heuer unser 70-jähriges Firmenjubiläum und wir sind eben hauptsächlich in den Gärten unserer Kunden unterwegs und führen auch als zweites Standbein die Gärtnerei. Der Haupttrend in den Gärten fällt mir immer wieder auf, wenn ich zu Kunden in ihre Gärten komme, ist das Thema Pflegeleichtigkeit und im Gegensatz auch lebendige Gärten zu haben. Dass eben Klassikerpflanzen immer wieder blühen, über die Jahreszeiten verteilt, dass sie auch nützlingsfördernd sind. Die Bienen sind immer wieder ein Thema und es ist auch, wie Sie sagen, der gepflegte Garten ist meinen Kunden oft ein Anliegen. Was meinen Sie mit pflegeleicht? Wie wird ein Garten pflegeleicht? Ein Garten pflegeleicht zu halten, heißt für mich und auch für meine Kunden, dass wir regelmäßig die Arbeiten zum richtigen Zeitpunkt machen. Wir haben viele Kunden, wo wir drei, vier, fünfmal im Jahr in den Garten kommen und die die Arbeiten eben zu dem richtigen Zeitpunkt machen, wo es gerade zu machen ist.